WIRTIC ist bereits seit 2004 die mobile Zeitwirtschaftslösung für Bau und Handwerk, Energieversorger, Instandhaltungsunternehmen und den Anlagenbau. WIRTIC erleichtert die Zeiterfassung und Dokumentation, sichert Abrechnungsgerechtigkeit und beschleunigt Ihre Lohn- und Reisekostenabrechnungen und Ihre Kostenrechnung. Mitarbeiter stempeln ihre Arbeitszeiten über ihre Smartphones, Tablets, Terminals oder ihren PC. Sie beantragen Urlaub und rufen ihre Termine über die WIRTIC-App ab. Die Daten werden sofort auf die WIRTIC-Server übertragen, damit berechtigte Personen sofort damit arbeiten können. Vorgesetzte kennen die Arbeitssituation ihrer Mitarbeiter und können die Arbeitszeitbuchungen und die Urlaubsanteile geprüfen und freigeben. Projektleiter haben aktuelle Daten für ihre Kostenrechnung, die sie in Echtzeit oder tagesaktuell in ihr ERP-System importieren können. Lohnbuchhalter ergänzen die Fehlzeiten und stoßen die automatisierte Aufbereitung der Daten an. Dabei werden die Zeitstempel und Fehlzeiten vollautomatisch zu Stundenzetteln, Buchungen für das Arbeitszeitkonto und zu Buchungssätzen für die Lohnsoftware aufbereitet. In diese Berechnung fließen alle betrieblichen Arbeitszeitregeln und Vergütungsregeln Ihres Unternehmens ein. Auch Regeln zu Vergütungen und Erstattungen im Zusammenhang mit Auswärtstätigkeiten, beispielsweise Spesen, Auslösung oder Kilometergelder, werden vollständig angewendet. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Mitarbeiter in Deutschland unterwegs sind, zu europäischen Kunden reisen oder weltweite Baustellen besuchen. Über Web-Services kann Wirtik Daten mit jeder Lohn-, ERP- oder Branchensoftware austauschen. So lassen sich Stammdaten, Termine oder Regeln nach Wirtik importieren und Bewegungsdaten und Buchungssätze aus Wirtik exportieren. Außerdem können die Wirtik-Services ferngesteuert werden, um Abrechnungsprozesse zu automatisieren. Dank der Konfigurierbarkeit und einer Vielzahl weiterer Funktionen und Module lässt sich Wirtik präzise an die Anforderungen Ihrer Zeitwirtschaftsprozesse anpassen. Sprechen Sie uns an!